Hey, I can't see Us running in the meadow Just you and me It's already passed This I can't see Hallo zusammen, hier bei TonyTV und der weitere kaputte Folge Battlefield 1, wir starten gerade mit Versorger Der Battle läuft schon seit 3 Minuten Aber jetzt komme ich Jetzt komme ich und Ändere Alles Schau mal wo die sind Die kommen von hier und hier rein Jetzt los Leer Leer Ich werde Zeit Nein Own Unsere den Hier Wir Sie kommen noch durch. Ah, das hat leider nicht so gelangt. Aber jetzt greifen wir an und holen wir B und C und D und E. Fick da mal die. Ja genau, bei einem Märsch etwas anzubauen. Ei, ei, ei. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Hm. Jemand muss ja mal führerrennen, dass wir weiterkommen. Und dann muss ja mal die Schmerzen von der Kuhlzeit aufnehmen. Und dann kommt das Kuhlzeit auf dem Kuhlzeit. Die Kuhlzeit auf dem Kuhlzeit auf dem Kuhlzeit auf dem Kuhlzeit auf dem Kuhlzeit. Ich habe ihn fast nicht geholt. Aber es ist nichts ausser. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Ich habe ihn schon gesehen. Aber was will ich mit dieser Waffe machen? Da kann ich nicht viel machen. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Ich spawne jetzt bitte und hole mir E. Hallo. Wieso geht da nicht? WTF? Aufstehen in den Anschlaren! Einkay! Waffe ich mich mit der Bistelung? Waffe ich mich mit der Waffe. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR und die dann steuern die dann dann die dann die dann die dann die dann wir verlieren einsatz ziel damit Abwarten jaaa was n da für'n luftschlag würde ich auch mal gern hier so etwas äh ee eeeee nein nicht der da Wir haben Einsatzziel David verloren. Und wo hin? Hinne, hinne, hinne. Da gibt's doch nicht! Verdammte Scheiße, Mann. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Lass von hinten wieder, Mann. Die sind dort, die ich nie erwarte. Die sind immer dort, wo ich nicht hinrennen will. Jetzt machen wir's einfach mal umgekehrt. Jetzt rennen wir dort, wo ich nicht hinrennen will. Ich will zu A, aber in diesem Fall in die andere Richtung. Das können wir, glaube ich, gar nicht tun. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Das ist nicht die Schmerz. Das ist nicht die Schmerz. Das ist die Schmerz. Aber ich konnte nicht viel machen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag von WDR Sie haben eben einen rechten Vorteil, weil die von oben kommen und wir müssen, ja gut, jetzt gehen wir halt auch vor, aber dann nehmen wir den Vorteil. Wir verlieren Einsatzziel Emil. Auf die Männer! Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Bleibt das auf Männer! Ich glaube, man ist hier gut nachgegangen, oder? Da will ich aber gerade eine Granate suchen. Hier ist der Schuss. Schöp. wir haben einsatz ziel david erobern wir haben einsatz ziel david verloren wir können halt für die andere sitte vielleicht nur noch ein schuss den wir haben einsatz ziel david erobert und Was ist das? Wir verlieren Einsatzziel David. Nein. Die sind da gerade überall. Vielleicht hat er doch geschiedenes Anholen wieder. Was ist das? Die Feinde habe ich auch noch getroffen, aber gar nicht viel schade. Jetzt kommen zwei dort unten, mit mir drei. Dann greifen wir noch mal ein AA. Dann greifen wir noch mal ein AA. Da checkt jetzt nur die Schweiz, wenn ich da schnau. So, dort oben beim Stein irgendwo da. Ja, shit. Naja, es ist ein Acker glaube ich. Toxic glaube ich es ist. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Ah, da ist die Blume, ich denke da ist ein Mensch, dafür will ich eine Blume, eine Blume herabschiessen. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Wir haben eine Blume, eine Blume, eine Blume, eine Blume, eine Blume. Wir haben eine Blume, eine Blume, eine Blume, eine Blume, eine Blume. Nicht so gut, nicht so gut, aber ich weiß nicht, ob wir spawnen gerade hier unten. Nicht das wieder da kommen wir gehören. Wir haben eine Blume, eine Blume, eine Blume. Wir haben eine Blume, eine Blume, eine Blume. Wir haben eine Blume, eine Blume. Komm in das Kampfgebiet zurück. Niederlage, dann schauen wir mal die Punkte. 8 Kills, 15 Tote. Ich habe ein bisschen mehr Kills erhofft oder weniger Verluste. Aber ich hoffe euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschau miteinander. Tschau miteinander. Tschau miteinander. Tschau miteinander. Tschau miteinander. Tschau miteinander.